Willkommen zurück! In diesem Video zeige ich dir, wie du den Controller-Input der HTC Vive programmieren kannst. Die HTC Vive hat ja zwei dieser Controller hier und da gibt es verschiedene Tasten. Und diese Tasten werden wir mithilfe einer Script einmal ansteuern. Und dann kannst du auf Basis des Tasten-Inputs letztendlich auch einzelne Aktionen in Unity ausführen. Also, los geht's! Das hier ist ja unser Unity-Projekt, also einfach die aktuelle Version von SteamVR aus dem Asset Store hier laden. Und sobald du das getan hast, die Main-Camera, die hier standardmäßig in diesem Asset-Ordner ist, diese dann einfach löschen. Und aus dem Prefabs-Ordner findest du bei SteamVR Prefabs, da ziehst du dir dieses Prefab-Camera-Rig in dein Projekt. Sobald dein Projekt also dann so aussieht, sollte das auch schon mit der Vive funktionieren. Also am besten auf Play klicken, die Vive dann aufsetzen. Machen wir hier das einmal größer, damit du das hier auch siehst. Die Vive hier aufsetzen und dann testen, ob du deinen Controller auch direkt sehen kannst. Okay, und wenn das funktioniert, dann kannst du dich auch um den Input kümmern, also um das Drücken der einzelnen Tasten. Dazu erstellst du dir ein neues Script. Es gibt ja hier den Assets-Ordner. Da kannst du dir, ja, vielleicht sogar einen neuen Ordner erstellen, damit das übersichtlich bleibt. Und den Ordner nenne ich jetzt einmal Scripts. In diesem Scripts-Ordner erstellst du dir ein neues Script. Also wieder rechtsklick, Create, C-Sharp Script. In diesem Script gibst du einen sinnvollen Namen. Ich nenne das jetzt hier einmal HandControllerInput. Doppelklick, um das Script zu öffnen. Da haben wir ja standardmäßig wieder eine Start- und eine Update-Methode. Und bevor wir jetzt hier in diesem Script überhaupt etwas programmieren werden, ist es wichtig zu verstehen, wie das mit diesen einzelnen Tasten überhaupt genau aussieht. Also, klar siehst du, welche Tasten es hier gibt. Aber du solltest natürlich auch wissen, bevor du hier eine Zeile Code überhaupt programmierst, wie diese Tasten auch heißen. Und dazu findest du bei einer simplen Google-Suche, also beispielsweise hier HTC Vive Controller Buttons eingeben. Und da findest du dann viele verschiedene Bilder, die dir letztendlich dann auch genauer zeigen, welche Taste hier welche Funktion beziehungsweise welchen Namen hat. Beispielsweise dieses Bild hier. Da siehst du, Button 1 ist zum Beispiel der Menü-Button, dann hier der Trigger-Button, also der Button hier hinten. Dieser hier. Das ist die 7. Und mithilfe so einer Anleitung fällt es dann auch leichter, die einzelnen Buttons zu identifizieren, wenn du das Ganze zum ersten Mal machst. So eine ähnliche Zeichnung findest du auch in der Unity-Dokumentation. Und zwar klickst du hier auf der linken Seite bei dem Unity Manual auf XR, dann auf Unity XR Input und da kannst du dann hier Input for Open VR Controllers, da findest du dann auch eine Erklärung. Auch hier eine Zeichnung. Also auch das hier ist eine gute Referenz letztendlich. Okay, nachdem du also nun weißt, wie die einzelnen Buttons hier heißen, beziehungsweise das Ganze hier mal nachschauen kannst, ist es wichtig zu verstehen, wie du überhaupt so einen Controller ansteuerst. Also sehen wir uns das Unity-Projekt hier einmal an. Du siehst ja, dieser Camera Rig, der besteht aus Controller Left, Controller Right und Camera Head. Camera Head ist das hier und zwar die Brille. Controller Left und Controller Right haben wir hier. Das heißt also, das sind diese drei Komponenten letztendlich. Ja und wenn du jetzt hier einmal einen dieser Controller selektierst, dann siehst du, wir haben an diesem GameObject hier in der Unity-Hierarchie ein Script. Und dieses C-Sharp-Script heißt Steam VR-TrackedObject. Ja und über dieses TrackedObject-Script kannst du jetzt den Tasten-Input erkennen. Denn es ist so, dass jede Taste einen unterschiedlichen Index, eine unterschiedliche Zahl letztendlich hat. Das heißt also, wenn ich diesen Trigger hier hinten drücke, dann wird beispielsweise die 7 übergeben und wenn ich diesen Application Button hier drücke, dann wird beispielsweise 0 übergeben. Und diese Zahl, mit Hilfe des Inputs, wird an dieses TrackedObject übergeben. Und darüber kann dann letztendlich auch entschieden werden, ob es sich hier um den rechten oder um den linken Controller handelt. Denn beide dieser Controller haben dieses TrackedObject-Script. Das heißt also, für dich in deinem eben erstellten Script, da legst du dir zuerst einmal eine Variable an. Hier, Public. Und da möchten wir jetzt dieses TrackedObject verlinken. Denn unser HandController Input, das wir hier erstellt haben, dieses Script, das werden wir mit einem Controller verknüpfen. Denn du möchtest ja gezielt sagen, was beim rechten Controller passieren soll, wenn beispielsweise der Trigger hier gedrückt wird. Das heißt also jetzt, du kannst dir hier in Unity ein Script anlegen und dieses Script, das verknüpfst du dann mit diesen beiden Controller GameObjects. So, und du siehst ja hier, wenn wir jetzt eine Verlinkung zu SteamVRTrackedObject hier erstellen möchten, dann ist es natürlich wichtig, dass wir auch diesen Klassennamen verwenden. Also, SteamVRTrackedObject. Das sollte dir auch vorgeschlagen werden. Wenn das bei dir nicht vorgeschlagen wird, dann überprüfe noch einmal, ob auch SteamVR hier komplett importiert ist. Dann vergibst du hier einen Variablen Namen. Oftmals wird hier einfach TrackedObject vergeben. Und jetzt könntest du das hier per Drag & Drop verlinken oder über Start. Da dieses Script ja dann direkt am Controller hängt, also das können wir auch gleich einmal machen. Wir verlinken unser HandController Input einmal mit dem rechten Controller. Also hier ControllerWrite, selektieren, AddComponent und dann suchst du dir dein Script oder per Drag & Drop hier hineinziehen. Okay, Verlinkung haben wir jetzt noch nicht. Das heißt, du könntest hier den Controller noch einmal hier so verlinken oder du machst das Ganze über das Script. Das geht natürlich auch. Das heißt, du könntest hier bei Start schreiben, TrackedObject ist gleich und dann hier GetComponent. Und da holst du dir diese Komponente, diese Script-Komponente, denn die hängt da auf der gleichen Ebene beim Controller dann. Und SteamVR, TrackedObject, also die gleiche Klasse wie hier. Okay, das heißt also, wir haben jetzt dieses Script, das sich am Controller befindet. Das haben wir hier und wir könnten jetzt dann eigentlich unseren Input hier weitergeben. Dazu verwenden wir jetzt einmal die Update-Methode. Und in der Update-Methode, da legen wir uns zwei Sachen jetzt an. Einmal müssen wir das Gerät plus den Input übergeben. Was meine ich hier mit Gerät? Natürlich einen dieser Controller, also um welchen Controller es sich handelt. Also wir haben dann zwei Controller verbunden, vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Und diese beiden Controller haben dann einen gewissen Index. Diesen Index siehst du im Übrigen auch, wenn du Play klickst und beide Controller sind verbunden, dann hast du hier in der Hierarchie, beim Start wird ein Index zugewiesen. Wir haben hier Controller Left, das siehst du hier, Index ist None, weil der nicht in Reichweite ist. Jetzt ist er in Reichweite. Jetzt haben wir hier Index Device 3. Und bei Controller Right haben wir Index Device 4. Dieser Index wird dann letztendlich auch weitergegeben. Hierzu benötigst du die Klasse SteamVR Controller und das Feld Device. Also du legst dir hier eine Variable an. SteamVR Controller Punkt. Und da siehst du jetzt, hier gibt es verschiedene Felder. Device und Button Mask. Zu Button Mask kommen wir noch. Aber wir verwenden jetzt dieses Device. Und hier erstellen wir uns eine neue Variable dadurch. Also schreiben wir hier Device. Und in der Update Methode kannst du dieses Gerät hier zuweisen. Also du schreibst Device ist gleich. Nimmst dein Tracked Object. Denn das ist ja letztendlich der Controller mit dem Script. Beziehungsweise das GameObject mit dem Script in Unity. Und hier benötigst du jetzt bei diesem SteamVR Controller eine Input Methode. Denn es soll ja etwas eingegeben werden. Denn, also du schreibst hier SteamVR Controller Punkt. Da siehst du, da gibt es hier diese Methode Input. Und an dieses Input musst du ein Integer übergeben. Und zwar den Device Index. Den Device Index findest du ja hier. Hier Index. Steht derzeit None. Aber das kann ein Index von 1 bis 15 letztendlich sein. Und das übergibst du. Also du schreibst hier Input. Und jetzt musst du dieses Integer übergeben. Was du jetzt hier machen kannst, du kannst über Tracked Object, denn das ist ja dieses Script hier, auf dieses Index zugreifen. Also schreibst du hier Tracked Object Punkt Index. Eigentlich sollten wir damit jetzt fertig sein. Nur ist es so, dieses Tracked Object Punkt Index kann hier nicht übergeben werden. Denn Konvertierung von SteamVR E-Index in Int nicht möglich. Das heißt also, wir machen hier einen Cast. Also wir sind davon überzeugt, dass das hier, was wir hier zurückbekommen, das ist eine Zahl. Und da wir ja bei Input ein Integer übergeben müssen, machen wir hier diesen Cast. Das heißt, wir schreiben hier den Datentypen in eine Klammer. Und schon funktioniert das auch. Okay, wenn du diese Zeile hier hast, dann fehlt nur noch eine Zeile eigentlich. Und zwar Taste Erkennen. Und das geht über eine Bedingungsabfrage. Hier schreibst du If. Und jetzt kannst du das Device verwenden. Device Punkt. Jetzt sehen wir einmal, was da vorgeschlagen wird. Da siehst du beispielsweise Get Hair Trigger, Get Axis, Get Press Down. Ja, und da würde ich sagen, wir verwenden jetzt einmal Get Press Down. An dieses Get Press Down müssen wir eine Button Mask übergeben. Und so eine Button Mask, die bekommst du aus dem Controller. Also dieses SteamVR Controller, diese Klasse hier. Ich klicke da kurz einmal hinein. Steuerungstaste gedrückt halten und dann linke Maustaste. Dann öffnet sich das Script. Da siehst du jetzt, die Klasse SteamVR Controller ist hier geöffnet. Hier bei Button Mask in dieser Klasse findest du genau diese Tasten. Du findest System, Grip, Touchpad, Trigger. Und das gleicht sich unserer Zeichnung hier eigentlich. Trigger, Grip Button, Trackpad, System Button und so weiter. Und genau diese Klasse innerhalb von SteamVR Controller nehmen wir jetzt, um einen bestimmten Button hier zu überprüfen, ob der gedrückt wurde. Das heißt, ab in den HandController Input oder wie auch immer deine Klasse heißt. Und hier schreibst du jetzt SteamVR Controller. Wir möchten aus diesem Script ja das auslesen. Punkt Button Mask. Das ist nämlich die Klasse. Siehst du ja hier. Button Mask Punkt. Und jetzt wählst du aus diesem SteamVR Controller Button Mask eine dieser Tasten hier aus. In meinem Fall möchte ich jetzt einmal den Trigger verwenden. Das ist ja die Taste hier hinten. Und da schreiben wir Button Mask Punkt Trigger. Die Tasten werden hier auch vorgeschlagen. Also hier siehst du sie noch einmal. Application Menu Axies, Grip, System, Touchpad, Trigger. Dann nehmen wir Trigger. Und jetzt müssen wir uns natürlich dafür entscheiden, was passieren soll. Taste erkennen. Wir möchten hier Trigger Taste. Und was soll da passieren? Machen wir hier zu Beginn als Beispiel nur einmal einen simplen Print Befehl. Also Print Trigger Taste wurde gedrückt. Wir haben das Ganze in der Update Methode. Das heißt, es wird Frame für Frame, also Bild für Bild überprüft. Das heißt, wenn ich zu irgendeinem Zeitpunkt hier die Trigger Taste drücke, dann sollte auch das hier ausgegeben werden. Denn an dieses Gerät wurde das übergeben und es wurde überprüft, ob es die Trigger Taste letztendlich war. Okay, testen wir das gleich einmal. Dazu ab in deine Unity Anwendung und jetzt hier dafür sorgen, dass du an deinem Controller dieses Script auch hast. Bei mir ist das schon so. Controller Right. Da habe ich Hand Controller Input. So, und hier klicke ich jetzt einmal auf Play. Ich habe jetzt hier den rechten Controller. Der ist auch aktiv. Siehst du auch, die Checkbox ist derzeit auf Wahr. Die ist derzeit True. So, und jetzt drücke ich hier einmal die Trigger Taste und wir sehen, was auf der Konsole hier passiert. Also hier unten. Ich drücke die Trigger Taste. Und wie du siehst, Trigger Taste wurde gedrückt. Das wurde einmal ausgegeben. Wenn ich das noch einmal drücke, dann wird das zweimal ausgegeben. Wenn ich die Taste aber jetzt gedrückt halte, wird das nicht mehrmals ausgegeben. Das ist wichtig zu verstehen. Im Endeffekt ist das nichts anderes wie mit einer normalen Taste auf einer Tastatur hier in Unity. Denn es gibt ja die verschiedenen Methoden. Es gibt GetPressDown. Es gibt GetPress. Und GetPressUp. Also wenn du hier schreibst, if device.getPress, dann siehst du hier die verschiedenen Möglichkeiten. GetPress heißt, ganz egal in welchem Zustand wir uns befinden, ob das jetzt das Drücken ist, das Gedrückt Halten oder das Loslassen, es wird immer dieses Event ausgelöst. GetPressDown nur einmal und zwar wenn es hier komplett gedrückt wird und GetPressUp, wenn es losgelassen wird. Verwenden wir noch einmal kurz hier GetPressUp mit diesem Trigger. ControllerButtonMask.Trigger. Das heißt, wir überprüfen jetzt zusätzlich noch, wann dieser Trigger losgelassen wird. Und Trigger losgelassen. Okay, hier haben wir einen Fehler. Das heißt natürlich SteamVR und nicht StreamVR. Ich klicke auf Play. Ich drücke die Trigger-Taste hier einmal. Dann siehst du, Trigger-Taste wurde gedrückt. Ich lasse die Taste los und dann wird hier auch ausgegeben Trigger-Taste losgelassen oder Trigger losgelassen. Ja, und genau so funktioniert das jetzt letztendlich auch mit dem linken Controller. Also wenn du dem linken Controller hier auch dieses Script verpasst, HandControllerInput, dann kannst du das mit beiden tun. Ich verlinke hier noch das TrackedObject, klicke auf Play und jetzt wirst du gleich sehen, ich aktiviere hier einmal den linken Controller ebenfalls, machen wir hier noch Clear. Und jetzt drücke ich beim linken und beim rechten Controller hier auf die Trigger-Taste und dann siehst du, das Ganze wird zweimal ausgegeben. Okay, und das hier ist eigentlich dann auch die komplette Logik für den Tasten-Input. Das heißt also, wenn du eine andere Taste verwenden möchtest, dann siehst du hier die Übersicht an oder auch diese. Und da siehst du jetzt zum Beispiel hier die Taste 1 ist das Menu, also der Menu-Button, diese Taste hier. Das Menu-Button und wenn du diese Taste verwenden möchtest, dann schreibst du hier in die Update-Methode wieder eine Bedingungsabfrage. If device.getPressed. Jetzt entscheidest du, welche Methode du verwendest, also nur wenn es gedrückt wird, nur wenn es losgelassen wird und so weiter. Also getPressedDown beispielsweise und dann übergibst du hier SteamVR-Controller und die richtige Button Mask. Wir können hier auch nochmal in die SteamVR-Controller-Klasse gehen. Und da siehst du ja, es gibt hier die einzelnen Tasten wieder und wir möchten das Menü haben, also Menu-Button. Hier musst du jetzt natürlich aufpassen, es ist wichtig, wie es in diesem Script heißt und nicht in dieser Zeichnung. Menu-Button ist das hier ApplicationMenu. Das heißt also, in deinem Script schreibst du dann hier in deiner Klasse Punkt ApplicationMenu. Das sollte hier auch angezeigt werden. Hier siehst du es, ApplicationMenu. Okay, und da könnte man dann sagen, okay, Menü soll angezeigt werden. Ich mache das wieder über einen Print-Befehl. Hier fehlt noch eine Klammer, damit das dann auch passt. Und hier schreibe ich Print. Menü wird geöffnet. Ein richtiges Menü haben wir noch nicht, aber wenn dieser Import bei dir funktioniert, dann sollte der Rest eigentlich ein Kinderspiel sein. Dann kannst du nämlich hier beispielsweise ein Panel einblenden mit SetActiveTrue. Okay, jetzt hier der Test noch zum Abschluss. Ich klicke auf Play. Okay, und jetzt drücke ich einmal die Taste hier oben, die Menü-Taste und wie du siehst, Menü oder Menü wird geöffnet. Perfekt, so viel also zum Input dieser Tasten hier. An sich verhalten sich die meisten Tasten hier eigentlich gleich. Also du hast immer Get Press, Get Press Down und Get Press Up. Ganz wichtig ist aber, es gibt dieses Touchpad. Das ist das hier. Und dieses Touchpad verhält sich ein bisschen anders. Das siehst du auch schon hier an der Zeichnung. Hier gibt es nämlich dann eine X- und eine Y-Achse. Wie aber dieses Touchpad hier funktioniert, also dass das dann letztendlich deinen Finger hier auch erkennt an den unterschiedlichen Positionen, das werde ich dir dann im nächsten Video zeigen. Freu dich also schon einmal darauf. Bis dahin, bis zum nächsten Video. Ciao! 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 Ciao!